doppelt so viele herzen und so weiter und so fort fragst mich was gut was war das ach so ich habe hunger hast du noch futter ja ich habe aber noch fünf herzen das reicht ja gut warte wo habe ich prinzipiell fresse ich erst was wenn ich unter drei herzen haben auch so ich bin da immer so ein bisschen paranoid und so ja ist halt gewonnen gewohnheitssache kann man auch sein vor allen dingen wenn man hier so ohne rüstung rum reiert ja gut ich habe ein bisschen ich habe auch meine eisen rüstung ja ich bin es teilweise noch gewohnt mit meiner power rüstung zu eiern ach so ja das ist hier aktuell nicht der fall so zack jetzt habe ich erst mal wenig genug fackeln von dass ich aber auch einsteck hier ja ich werde irgendwann sowieso noch entweder mache ich ein stream oder sonst was wo ich die ganze kisten einfach mal nur einfach nur farben gehe außerdem gibt es kisten die man also man kann die kisten quasi aufwerten ja ja hier sind so diamanten kiste und die haben dann ein 10 x 12 ich habe ich weiß gar nicht im game mod habe ich mir mal die ganzen kisten angeguckt hier ja gut kristallkisten sind glaube ich nicht so effektiv war lass mich in ruhe was heißt effektiv die sind genauso effektiv wie die diamant kisten sehen aber besser aus weil die items alle angezeigt werden oh ich habe einen zombie gehirn ja wer cool wenn ich hier wieder rauskommen würde weil ich habe gerade meine spitzhack zu tode gepackt und ich glaube wir machen die 30 minuten in einem stück weil wir jetzt schon bei 17 sind das wäre eine idee vor allem wenn ich hier sowieso noch unten bin und ich gerne die folge beenden würde beziehungsweise du ja das deswegen deswegen kommt jetzt auch gerade wieder runter lade ich halt eine größere hoch scheiß drauf oder schneitze hinterher mal gucken je nachdem wie viel lustig aber so wie ich mich kenne kodier ich die in einem stück durch und lad die dann auch in einem stück hoch wird da zwar mit zwei gigabyte oder so groß sein aber was soll er weile man ja auch ich hatte das mal eine zeit gemacht habe ich eine zeit lang sein gelassen jetzt habe ich wieder halt die phase sind meine paar bist du grüner saphir kann man den auch mit einem jahr ne ja gut agieren genauso wie dieser vier beziehungsweise rubine ja nehme ich auch noch das eisen mit meins des reichen 39 eisen sechs silber die brauchen wir nicht 19 16 gold ein diamant nur halt wie wesentlich produktiver du bist ich habe nur jetzt mal um meine erzeugnisse hier zu lange ich habe ein gold das war das spiel ja 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 ich habe vier ferris ein gold gut 45 erden schad und 8 eisen und ein zimmer und ein stück kohle noch von der produktion gerade womit jetzt so wenn du den rest noch haben möchte ich habe drei erscher drei fischer drei vier fire schad dann habe ich vier saphir 51 redstone vier uranium 13 nikolai was auch noch eigentlich mehr oder weniger wichtig wird hinterher aber davon brauchst du nicht unbedingt so viel ja ich habe glaube ich extra für die ganzen staats habe sogar noch eine eigene kiste deswegen passt das auch jetzt hängt meine maus hier wieder fest früh so was jetzt schön wäre entweder ich komme nach oben oder ich kriege eine spitzhacke ich habe doch einen eisen gegeben oder nicht die ist weg auch verdammt ja dann ja ich kann ich ne warte mal muss ich eben hoch wenn du mir zeigst wo der dick ist dann gehe ich mal kurz nach oben das ist eine gute frage anstelle dass mir vorhin waypoint gemacht habe ne zum zweiten mal ja ich hatte einen hier auf der singleplayer welt hatte jetzt muss ich mich selber umgucken ich glaube aber ja 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 juhu so jetzt mache ich mir erst mal einen wegpunkt punkt waypoint nein waypoint haus lager achso die habe ich mir schon vorab gemacht treppe nein nicht trülpe treppe trülpe ja kennst das doch zehn fingerskills tipps so schnell wie du und dann hast du die größten komischsten zahlendreher drinnen oh ja der fehler den ich immer noch am meisten hinkriege ist dass das c und das i bei nicht zu umzudrehen ja das ist das passiert dann halt manchmal ich freue mich schon morgen wieder auf tv es ist so unnötig aber naja zwar in der folge weiß jetzt eh kein mensch was tv ist auch besser wenn man es nicht weiß oh ein drecksfach oh schatz ich bin zwar noch ich bin zwar noch nicht mal angefangen richtig mit technik ah aber ja ja nein nein böse böse aber ich sammle jetzt schon die ganzen schatz kann ja nicht schaden also ich habe 28 level ist es für mich viel ich habe acht jetzt gucke ich mal rubber aha davon hast du ja schon ein bisschen ein bisschen nicht viel aber ein bisschen ja zack oh ein 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 schacht oder ein stollen und naja ein stollen womit macht man am besten die spinnnetze kaputt mit schwert mit feuer super habe ich jetzt ein bisschen string ah nein nein nicht erschlagen lassen nicht erschlagen lassen na super ich habe keine jetzt erst mal hier oben hast du hier irgendwo die fertigen ärzte ich habe ingots irgendwo und da müssten vielleicht welche mit drin sein ich habe glaube ich für jeden scheiß eine eigene kiste gemacht aber nur weil ich so viel holz über hatte deswegen und ich sag mal das sind ja nur normale kisten ich wollte das lager hinterher dann auch noch anbauen mit den anderen kisten die upgrade bahn ich wollte auch noch irgendwann mein haus drin machen weil im lagerpennen wollte ich nicht die ganze zeit hat sich anrichten hat zwar auch irgendwie style aber nein 1 2 3 4 5 1 2 3 ich muss ja sagen eine query wäre wesentlich produktiver als eine turtle die zu 90 prozent nur cobblestone mitnimmt ähm quarry auch ja gut aber ich sag mal so fängt die nicht so wieder von vorn an wie die die turtle ja genau das die hat ja einen eigenen chunkloader alles mit drinne mhm und läuft dann ja auch wenigstens warum nehme ich jetzt eigentlich hier die kohle mit ach scheiß drauf ich einfach kein werkzeug mitgenommen aber keine schaufel keine axt nichts kann man irgendwas verfeuern hier was ich habe meine fresse das kann ich dir nicht sagen ich will jetzt nicht unbedingt was wir sind schon bei 22 minuten das ist so traurig gerade irgendwie schon ich würde eigentlich schon gerne noch länger spielen ja gut dann zum notfall wenn du morgen auch noch zeit hast also klar also ich sag mal so wenn wir dann beide zeit haben dann passt das ja ich muss gucken ich weiß nicht wie je nachdem was wir morgen alles haben was wir aufkriegen essen cobblestone redstone wooden planks da sind sie doch ja und dann habe ich noch eine kiste für rohholz so typisch deutsch alles muss eine ordnung haben typisch buchhalter fällt nur noch dass ich mir eine kiste mit sonstiges mache wer alles sortiert ist nur zu faul zum suchen ja und du verbindest beides ja ich bin einerseits zu faul zum suchen ja und also sortiere ich gerne das war fail silber nämlich auch einfach mal mit das kannst du auch gebrauchen das silber aber du hast schon mal wenigstens etwas was wir zum beispiel nicht haben was denn ich glaube das ding hat ja project table so ein ding haben wir überhaupt nicht achso ja die sind einerseits ganz schön praktisch ganz praktisch wenn du die utensilien drinnen hast dann kraft das ding auch von alleine ja blöd also ich habe das auch bemerkt ich habe die ganzen utensilien da reingetan wollte acht öfen machen hab die kabel sonst da in dieses ja ja ich kann es mir vorstellen verdammt wo ich jetzt ich bin hier schon wieder ja gut ne am arsch der welt nicht bin nur für 20 so jetzt komme ich aber auch wieder mal hier raus ein skelett nein du lässt mich in ruhe also ich gehe davon aus dass du deinen ersten generator hast bevor wir diese folge beenden also in sechs minuten richtig wenn ich zwischendurch auch mal auf die uhr gucke das ist irgendwie meine größte schwäche beim aufnehmen ich gucke nie auf die uhr entweder enden die folgen total früh weil ich halt paranoid der zeit gegenüber bin oder ich habe mir jetzt minuten ja 24 24 24 ok deswegen bei 28 haben wir auf ok also die 30 minuten ungefähr ja so jetzt bin ich hier wieder treppe 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 ok kannst du ja was weiß ich wenn du die diese zb sache vorhin mit der druckplatte oder so ja ich glaubte dass ich kann mir das auch richtig vorstellen ja das ist dann was weiß ich ein kurzer das kann auch ein server lag sein das ding hier hat eigentlich nur ein gigabyte ram ich mich wunders dass das ganze modpack überhaupt läuft oh ja also bei feat the beast ultimate zum beispiel mein kumpel und ich mussten ne entweder fünf oder acht gigabyte haben jo das kann ich mir vorstellen ich hatte ultimate hatte ich hier auch eigentlich mal drauf das lief eigentlich auch bei zwei leuten aber ich sag mal so du wenn ich dann immer in die server konsole bei nitrado geguckt habe ja 50 prozent 60 prozent konze von seien dass das ding nicht abgeschmiert ist oh oh ich sehe gerade dass du refined iron hast und ich habe gerade noch welches gemacht ja nicht schlimm gott besser zu viel als zu wenig so ich bin jetzt aber auch wieder ich gehe immer in die falsche richtung ich will immer hier zu meinem haus gehen was ich abgerissen habe weil das irgendwie viel zu eng war oh das teil läuft doch noch super witzig ist ja dass man bei project table glaube ich sehen kann was man baut oder ja also dass der andere das auch sieht ja doch da kann man das sehen auch nein ich muss mal kurz eine pause machen und von vorne nein ich gehe kurz raus und ja macht dann eben kurzen cut bis gleich tschau so da sind wir wieder meine kurze telefon unterbrechung ist vorüber da bin wir wieder da bin wir wieder ja ich bin so gewöhnt da sind wir da bin ich wieder weil normal halt single player und so ich wollte das eigentlich schon viel früher also mit noch anderen leuten machen aber das ding ist leer gut 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 das war bis woher dieses gekommen hat überhaupt was gemacht ja es ist ein bisschen weiter gegangen ich weiß gar ich habe keine longfall boots oder sonstigen käse deswegen springe ich da jetzt auch nicht runter scheiße wir haben kein zweites bett juckt doch nicht wir brauchen sowieso nur eins das stimmt auch wieder so zack zack bisschen hunger nachgefüllt ich wollte nur eben ein bisschen kohle holen für die ich habe doch 24 kohle bei das reicht doch eigentlich außerdem haben wir jetzt einen generator du ja ich kann mir das tatsächlich angucken alter wie du in den 31 minuten ungefähr technisch wesentlich weiter bist als ich aber gut ich habe mein schwerpunkt und halt zu viel auf das normale minecraft gelegt ja ich glaube schon ähm so ähm ja komm ich pack da mal eben das bisschen kohle was wir was ich noch habe nein lass mich in ruhe ui creeper ja ich sehe es putty wow gestirbt gestirbt ähm ist das jetzt ein ja gunpowder ja auch einfach weil ich paranoid bin ich werde meine ganze welt mit fackeln ausleuchten ja hab ich hab ich wenigstens was zu tun ja messerator ja so kohle kommt zack ach verdammt das teil hat jetzt nicht ernsthaft ja gut es hat hat die kohle mitgenommen passt verdammtes teil aber immerhin geht es jetzt sofort runter und ähm ja ja den standpunkt den merktest ich ja gut was hat es denn bis jetzt gut ähm wie gesagt 90 prozent cobblestone gut habe ich hinterher wenigstens was wenn ich irgendwas bauen möchte was in dem texturenpack zwar übelst scheiße aussieht aber man kann das ja auch vernünftig dann in stone oder so umwandeln äh ja also du kannst das cobblestone mehr oder weniger auch da verwenden das kann man dann in den recycler packen und wenn man genug davon hat ja das ist jetzt noch ein bisschen weit hergeholt aber ähm wenn man genug von diesen scrap dann hat kann man die mit einem bestimmten gerät zum äh yu yu meta machen achso ja ich ich das wunder zeug woraus du dir jeden quatsch machen kannst richtig ja hier messfabricator war das glaube ich ja ähm so wo soll ich den generator eigentlich hin tun technik in technik kram hier hinten wo ich wollte eigentlich den irgendwo aufstellen weißt du weil der achso das lagersystem des kleinen mannes mit welcher des kleinen mannes mit 50 millionen kisten ja lass mich ich wollte einfach das war ja auch eigentlich gar nicht als haus gedacht das war eigentlich nur als lager gedacht nur dann ging mir das äh haus da hinten auf den irgendwie ich fand das nicht mehr schön gut das hier ist auch nicht grad die ne augenweide aber und dann hab ich das halt abgerissen und wohne jetzt übergangshalber hier im lager und wir sind jetzt gleich bei 30 minuten ja stellst du uns hier einfach äh erst neben das ähm neben den crafting table warum hab ich überhaupt ein crafting table wenn ich project table habe nach scheiß drauf ist besser aus wenn ich wenig das andere teil noch habe und das ist ja so juhu ach jetzt kann ich da ähm was kann ich jetzt rein tun kohle ne kohle ja und damit wird dann energie gemacht ja 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 ach ja um hinterher auch sachen oder so aufzuladen richtig juhu so jetzt ist es glaube ich dann mehr oder weniger fetten bier egal gut ich würde dann an der stelle sagen wir machen hier dann feierabend für heute 30 minuten und paar sekunden das ist eigentlich ganz anständig ähm ja ich würde dann sagen danke fürs zugucken danke an dir fürs mitmachen immer wieder gerne ja und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bei let's play feed the beast light tschüss 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 Vielen Dank.